Seelenarbeit Seelenarbeit sage ich immer so schön ist es für mich. Ich bin sicher nicht diplomatisch, das war ich nie. Ich habe eigentlich quasi schon orangefarbenes Bema-Blut. It's about feeling. It's hard to say, but it's about feeling. Yes it is. It's a relationship that goes from person to person, from heart to heart. Es ist einfach geil. Ein gemeinsames Projekt immer größer und größer zu machen, ist etwas Wunderschönes. Ja, für mich ist Bema wie eine zweite Familie geworden. Egal ob Business, ob der Menschenkontakt, ob Gesundheit, ob Freude im Zusammensein. Bema vereint so viele tolle Dinge. War eine der besten Entscheidungen in unserem Leben. Erstmal den Bema kennenzulernen und dann die Firma und alles was dazu gehört. Es steckt in der Therapie etwas Revolutionäres drin. It's not easy to do this in the beginning, because you do mistakes, you don't have the skills. Ich bin ganz froh, dass wir da einfach nicht aufgehört haben und dass uns der Mut nicht verlassen hat. Es gibt nur einen Fehler, den man machen kann bei dem Geschäft. Ich beginne nie oder ich höre einfach zu früh auf. Jeder kann das tun. Jeder kann das tun. Jeder kann das tun. Wir fallen auf jeden Fall. Wir fallen auf jeden Fall. Aber wir haben viel Fokus, viel Objekt. Du kannst dich schade sein. Du kannst energetisch sein. Wir sind da, um dich zu helfen und dich zu motivieren. Du bist coachbar. Du bist coachbar. Du hörst mit den Leuten, die du mit arbeiten und sie helfen dir, um Erfolg zu bekommen. Selbstbewusstsein ist das Schlüsselwort für das, dass man es machen kann. Und Selbstbewusstsein kann jeder aufbauen. Die Unterstützung ist schon wirklich großartig, die wir tagtäglich an die Hand bekommen. Diese Ausbildungen, diese Fortbildungen, diese Team-Dinge, die vom Thema angeboten werden, in der Qualität, das begeistert mich auch schon. Es ist wirklich gut. Ich habe nie besseres Coaching gesehen in Hepport Marketing. Ich habe mein ganzes Backoffice. Ich habe meine Präsentation. Ich habe mein Werbematerial. Also auch genau das, was mir als Unternehmer zum Teil auch wahnsinnig viel Zeit und Geld kostet. Ich denke, du musst Aktionen nehmen, wenn du etwas in deinem Leben willst. Verliert euer Kind-Dasein nicht. Rennt los und erzählt einfach über eure Erlebnisse, eure Geschichten. Sei du selbst, sei authentisch. Nicht zu schnell aufgeben, dranbleiben. Ja! Ich denke, BEMER ist ein Geschäft, wo man von ein paar Ingriffe kann, um eine finanzielle Freude zu haben, während du andere Menschen helfen kannst. Arbeitst du einfach mit Menschen, mit denen du wirklich gerne zusammenarbeiten wollt. Was hast du dir nicht? Wir werden ein Imperium in der BEMER-Familie bauen. Boah, BEMER ist so revolutionär. BEMER ist so gut. Mach weiter, bleib dran. Es ist einfach zu gut, um mich weiterzumachen.